Ich will nicht mir nur zuschauen. Ich wollte wissen, wer steckt hinter dem Hass im Netz und ist der organisiert? Nach einem Jahr Recherche weiß ich, ich bin kein Einzelfall und die Hater keine Einzeltäter. Es gibt geheime Gruppen, politische Organisationen, die online Jagd machen, die Wahlen beeinflussen. Online tobt ein Trollkrieg und ich war mit meinem Rechercheteam mittendrin. Untertitelung. BR 2018